Servus Welt und herzlich willkommen zu Word 365 mit Teil 2 Erstellen und Speichern. Wir sehen uns an, wie man ein neues Dokument erstellt oder öffnet, wie man es speichert und wie man Word wieder schließt. Möchten wir ein neues Dokument erstellen, gehen wir auf Datei und Neue oder drücken einfach die Kurzzeichen STRG plus N. Jetzt kann man hier entweder ein leeres Dokument wählen oder eine der Vorlagen verwenden. Wir sehen hier, wir haben zum Beispiel einen Lebenslauf aus Vorlage oder man wählt aus den Kategorien. Hier gibt es zum Beispiel verschiedene Glückwunschkarten oder wir suchen einfach zum Beispiel Kaufvertrag und können einen Kfz-Kaufvertrag aus Vorlage verwenden. Außerdem werden unter persönlich eigene Vorlagen gespeichert. Möchte ich ein vorhandenes Dokument öffnen, gehe ich auf Start, Öffnen oder nütze das Tastenkürzen STRG-O. Und hier sieht man schon zuerst die zuletzt verwendeten, aufgelistet. Möchte ich eines davon öfter verwenden, kann ich es anpinnen. Dann erscheint es hier im oberen Bereich und ist schnell zum Öffnen. Den PIN kann ich hier auch wieder entfernen. Dasselbe gibt es für Ordner, in denen sich mehrere Word-Dokumente befinden. Und oben gibt es noch eine Suchfunktion, wo ich nach Dokumenten suchen kann. Hier unten steht nicht gespeicherte Dokumente. Das heißt, immer wenn ich eine Datei nicht speichere, kann es sein, dass es in unsaved-file ist. Wir sehen hier ist der Kaufvertrag und die Dokumente von vorher. Und so kann ich diese noch öffnen. Weiters gibt es bei dieser PC einen Browser. Hier kann ich Dokumente wählen. Mit einem Klick gehe ich hinein. Mit dem Pfeil komme ich wieder zurück. Auf Durchsuchen ist das klassische Browserfenster, in dem ich die Dokumente wählen kann. Und mit dem Klick auf Öffnen auch öffnen. Auf der Startseite hat man eine Kombination aus Neu und Öffnen. Möchte ich ein Dokument speichern, gehe ich auch auf Datei und habe hier Speichern und Speichern unter. Ist das Dokument schon vorhanden, wird es durch Speichern einfach aktualisiert gespeichert. Und mit Speichern unter kann ich einen Ort wählen. Und das funktioniert im Prinzip so ähnlich wie beim Öffnen. Wir haben dieser PC. Oder können das klassische Durchsuchen einen Platz wählen. Hier hat man dann die Möglichkeit einen Dateinamen einzugeben. Mit der Dateiendung. Und hier kann man einen Dateityp wählen. Docx wäre zum Beispiel das Word-Dokument. Man hat dann zusätzliche Funktionen wie, dass man einen Autor angibt, Markierungen oder Titel oder Miniatur speichern wählt. Die Miniatur ist im Browser sichtlich. Hier kann man zum Beispiel das Dokument selbst sehen. Und bei ohne Miniatur wird nur das Logo angezeigt. Wir können aber auch andere Formate verwenden. Zum Beispiel PDF. Auch hier gibt es unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Und auf Speichern. Und nun sehen wir, haben wir das Dokument als PDF erstellt. Andere Datentypen können auch mit Datei Exportieren erstellt werden. Hier sieht man zum Beispiel PDF oder XPS. Oder auch andere Typen wie NurText oder das Rich Text Format. Will man auf Nummer sicher gehen, kann man in der Titelleiste das automatische Speichern aktivieren, wodurch regelmäßig die Datei gespeichert wird. Möchten wir ein Dokument schließen, können wir es mit diesem X hier oben machen. Oder Datei und schließen. Auf dem Pfeil kommen wir wieder zurück. Oder wir nutzen die Tastenkürzel-Steuerung W. Oder das klassische Alt plus F4. Und wenn wir schließen, fragt uns Wörth, ob wir, falls wir nicht gespeichert haben, nicht doch noch speichern wollen. Auf dem Pfeil kommen wir wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.